Bisher bei The Forest. Ah, hier ist die Höhle. Kommen wir da rein? Ja. Auf geht's. Here we are back again. So, warte mal. Hier geht's rechts rein? Ja, ich weiß nicht. Glaub ich, oder? Ist hier rechts noch ein Weg? Hier ist auch noch was. Hier geht es auch noch weiter. Oder sind wir von hier gekommen? Oh, ne. Ne, oder? Hier ist auch ein Weg. Ja, genau. Den hab ich gerade innen weg gehabt. Ach, kacke. Okay, dann ging's hier jetzt nach... Die Orientierung verloren. Aber hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Hier rechts. Nach rechts waren wir noch nicht, glaube ich. Von hier. Also plan erstmal wieder nach oben. Wie kommen wir denn hier raus? Nee, ich glaub hier rüber. Genau. Oder? Nee. Genau, sagt er am lieben Eimitsacken zu. Hm, aber auch nicht. Warte mal, hier waren wir doch gerade eben schon. Nee, was? Hier ging's wieder zu diesem komischen Kackspiel. Hier, oder? Nee, doch von... Alter. Doch, hier geht's raus, ja. Weil... Okay, ähm, Mission... Hier geht's noch lang, oder? Ja, warte, hier ist doch, wo wir Tims Spielzeug gefunden haben, oder? Ich glaube, ja. Da gab's doch drei Wege. Ein nach links, ein nach rechts und wir sind aus dem in der Mitte gekommen. Da sind wir von hier gekommen. Wobei, wenn man sich anders hinstellt, gibt's von woanders den Weg nach rechts und rechts. Ach, komm mal her. Hä, waren wir hier noch vor zwei Sekunden schon mal? Aha. Ach, hier war die Spur, wo's dann... Warte mal. Doch, hier war die Spur, wo's dann runterging. Hier sind wir runtergegangen, oder nicht? Oh, shit. Shit, 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 nein. Äh, du musst mich wiederbeleben. Alles klar. Kann ja mal passieren, dass man... ...hundert Meter runterfällt und dann... ...nur auf den Knien ist. Bewegst du dich auch schon? Ja, ich komm runter gerade. Ach so, Leute, ich bin gar nicht tot. Ach so. Ach so. Mir geht's jetzt wieder okay. War nur kurz. Wie tief das hier ist, what the fuck? Das hast du überlebt. Ja. Waren wir hier schon? Ich hab keine Ahnung. Es geht ja endlos tief hier runter. Ja, da bin ich hier runtergefallen. Und irgendwie lebe ich noch. Es geht einfach immer noch runter, holy shit. Ja, das riecht da, das riecht da. Ich glaub, hier waren wir noch nicht, oder? Nee. Oh, lol. Oh, die ist ja voll das Möbelhaus. Oh, ich brauch irgendwas zu trinken. Hier sind Filme. Oh. Schon wieder Farbe. Was? Multiple Sample Head Trauma. Oh, das ist... Oh, hier sind noch richtig viele von diesen Flares. Oder die mit Dynamit. Das ist Dynamit. Alter, guck dir an, wie viel Dynamit hier ist. Das sieht so aus... Das sah grad immer aus wie ne Krankenakte hier. Hei. Oh, ich hab ne Axt gefunden. Ja, geil. Nice. Guck mal hier. Das ist eine vollgeile Axt. Oh fuck, hier ist ja richtig viel Dynamit. Darf ich doch. Was haben wir denn damit, ey? Wo hast du die Axt gefunden? Die lag da. Hier an der Seite. Oh Gott, das ist ja ein bisschen schlafen. Bei mir... Hä, normalerweise gibt's doch solche Sachen immer zweimal. So gibt's die jetzt nicht zweimal. Doch, 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 doch. Guck mal, ganz genau hier. Irgendwie so hier, also. Ah, ne. Ne. Hier ist die Farbe. Ja. Können wir jetzt diesen Farbpinsel angucken. Und hier ist nämlich ein Zettel. Lucky keine Axt. Wo ich stehe. Ne. Doch, hier. Ha. Okay. Pfeiler auch noch. Oh, Pfeiler, ja. Richtig viele Pfeiler. Alter, was ist los? Das ist ja... Holy shit, ne. Also wenn man mal hier irgendwie was Neues braucht, dann... Ja, Dynamit ist genug. Aber... Ich würde gerne mehr carryen, aber ich kann leider nicht... Ey, kann man den Dynamit noch irgendwie nutzen, aufbauen, verbessern? Ne. Wo ist denn das überhaupt im Invent bar? Unten. Ah, da. Okay, ne, kann man nicht. Schade. Joa, ist, äh... Ist das hier irgendwie markieren? Ja. Ja, voll gut. Durch solche Markierungs... ...Dinge... ... Das scheint so ne kleine Geheimbasis zu sein, ey. Ein Glück bist du hier runtergefallen. Oh, hier ist ein totes Baby. Hast du das getötet? Oh. Ne Signalflagge vielleicht? Sieht man die ohne... Hä? Probier's einfach raus. Wenn ich jetzt ne Signalflagge... ...baue... ...und die dann sieht. Ah. Auf der Karte oder so. Oh, das kann sein. Das ist ne gute Idee. Und man sieht ja auch die Häuser. Und ach, die sieht man vielleicht auch das so. Aber keine Ahnung. Ich hab alles mitgenommen. Ich hab alles mitgenommen. Ich auch so viel wie ich tragen konnte, ja. Na gut, dann wieder raucht zwei Stunden, ne? Alles einsteigen! Äh... So, jetzt erstmal ne Weile. Ja. Also... Nächster Plan... Ich weiß nicht. Wieder rausfinden nochmal. Zum Schluss. Und dann am besten noch so nen Shelter bauen oder so. Ja. Und mal wieder speichern. Ja. Aber wo geht's hier raus? Immerhin haben wir jetzt viel Dynamik und Sprengstoff. Und wir haben die Axt gefunden. Das ist vor allem Highlight. Das ist die gute Axt. Ich muss gleich mal meine... ...Axt... äh... ...Shortcuts da umändern. Wenn wir da draußen sind. Oh, da geht's hier raus oder geht's hier wieder rein? Wird ich von da eben gekommen? Ein bisschen von hier gekommen, ja. Hier geht's auch lang. Hier war noch... Wann hier die... Äh... 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 Okay, da ging's runter. Hier. Hier geht's. Von hier sind wir auch gekommen. Da ist Licht. Also... ... der, der uns zuguckt, wird jetzt total verwirrt sein, ey. Ähm... Ich mach mir nochmal... Ich denke so, warum sind die so dumm. Ich mein, bringt die Map irgendwas? Also hier kann man auf jeden Fall diese Flagge sehen. Ach cool, die Map hat auch so ne... Oh lol, die Map! Die hat ne Höhenkarte. Das ist echt ne Höhenkarte. Ach... Und bis der Ausgang? Ja. Da wird man nicht so schlau raus aus dieser Map. Aber das zeichnet ja aus hier, also sieht so aus, als ob die noch... ... wie ich weitergehen würde. Weißt du, was ich meine? Ja. Hier ist Wasser. Ich nehm halt alles... Ja, hier ist ne Sackgasse, wo wir gerade hingehen. Oh, hier geht's raus. Hier geht's raus. Safe, ja. Wir sind doch gekommen. Oh ja. Oh ja. Oh man. Und diese ganzen Toten da. We found it. Okay, also dieser Zipfel, also diese Ecke von der Map, der Ausgang. Ohne Witz. Wir können vier Ehrkanister mitnehmen, aber nur fünf Medizin. Ich würde auf vier Ehrkanister erstmal verzichten. Einfach nur, damit ich, keine Ahnung, 25 Medizin hab oder so. Ja. Scheint auch um nachts zu sein, ne? Mhm. Es ist dunkel. Oh, jetzt kommen wir natürlich mitten in diesem Dorf raus. Jetzt sind wir besser ausgerüstet. Weißt du, wo auch immer diese Usche ist, ne? Da hinten. Ich hab da wirklich Kackwaffe hier. Ack war sehr gut. Ja, aber ich kann gar nicht wechseln. Da ist ne Frau. Wenn du den gerade feitest, dann fixe ich schnell die Kaffe. Oh, ist der hier gleich noch noch an? Gut. Äh. Ein Dramatogu aus 2, nicht? Guckst du grad wie so nem Turi der die ganze Zeit Bilder macht. also nächster plan shelter irgendwie bauen oder so und wir haben doch hier ein shelter wo ja da haben wir doch irgendwas umgebaut da haben wir kein shelter auch die und als nächstes das war in welcher richtung wir müssen das auch nur markieren da war noch irgend so ein dorf außerhalb weißt du also so ein kleineres dorf neben diesem hier ich kann leider nicht die ganzen leichen nehmen sonst bauen wir erst mal das feuer hin ok machen wir es so was tun so sagte die zack du bist ja auch sehr theatralisch mein freund ich hab dir doch nur die wirbelsäule gebrochen hat doch schon wieder jemand könnte mit mit der kettensäge aber weißt du ich will einfach ich will das blut an meiner axt spüren ja meine axt hat ja auch hunger das ist sie gucken uns nach sie haben wirklich die gleiche axt gebaut die sie gebaut haben so so viele 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 ich meine hier war noch welche so da hinten kommt da sehe ich eine taschenlampe da kommt eine taschenlampe da kommt jemand mit einer taschenlampe vielleicht ist es die frauen roten top die ist übrigens am gruseligsten bislang gewesen willst du dir nicht auch mal ein paar machen nehmen ja oh mach du dir mal alter ich will kein scheiß totenschädel aber ein taschen wie da welche kommen so so man mal ein bisschen her zack da geht nicht zack 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 oh kommen wieder welche Freunde, ihr müsst ja nicht gleich übertreiben. Das ist einfach... Okay, meine Achse ist satt. Ich glaube, meine Achse ist satt! Mein Chainsaw! Aua! Ich spüre, der war tot. Ich muss mir gerade meine Rüste kaputt gemacht. Guck mal, das ist null worth, wenn die mir die Rüstung kaputt machen. Weil die geben nicht sechs Knochen, oder? Geben die sechs Knochen? Weiß ich nicht. Puh. Massenvernichtung. Weißt du, warum hier so viele Köpfe liegen? Das ist halt aber auch don't care as fuck. Wir sollten jetzt schnell mal wieder den Weg zurück finden. Oh, bin ich einfach voll mit Knochen. So aus. Okay, wo wollen wir denn hin? Unser Shelterbau. Da, wo wir den Rest gebaut haben. Also... Ähm... So, jetzt habe ich Rüstung. Und meine leuchtende Fackel wird uns den Weg weisen. Feist, ja. Hier, du löffst falsch. Mhm. Gerade tatsächlich gucke ich erst. Dann hier. War auch vielleicht ein bisschen dumm, dass wir das nicht markiert haben. Na, es war ja an der Küste. Da ist schon mal die Küste. Echt? Oder? Ne. Ne? So. War noch ein Dorf, also wir sind hier glaube ich falsch. Geh nochmal zurück, weil sonst verleben wir auch noch das große Dorf. Karem, ob du das glaubst oder nicht? Ich glaube ich habe es schon verloren. Echt? Ja, irgendwie. Warte, ich habe mir Bock mehr. Trink deine Scheiß so oder und sei dann leiser. Oh, ich muss auch was essen. Hätt dich verloren. Ich habe gerade eine Idee getötet. Oh, ich kann ja was trinken. Aber alles nicht das, was ich möchte. Kann doch nicht sein. Wieso haben wir jetzt das Ding wieder verloren? Warte, wir haben unsere Map. Ja, aber da ist das noch nicht aufgezeichnet. Warte, wir können den Kompass benutzen. Wir müssen ja nur nach rechts gehen. Also nach... Nach Süden müssen wir. Osten. Nach Osten? Musst du Norden? Ne. Ja, nach Osten. Nach Osten. Ja, Tatsache, das ist doch oben. Damn, girl! Boy, Joshua. Ja, jetzt wird es doch wieder hell. Ja, gut. Toll. Aber wir müssen trotzdem speichern, also. Wir latschen noch einmal durch. Ja doch, jetzt kann man es auch sehen. Das ist doch wieder irgendwelche Manneken. Aber die sind mir gerade scheißegal. Es sei denn, die Frau mit dem roten Top kommt. Hast du die denn jetzt auch gesehen oder nicht? Ne. Das ist creepy, aber ein Glück bin ich derjenige, der aufnimmt. Na gut. Also hier war das Dorf. Dorf ist auch übertrieben. Naja. Da, da, da ist das Plateau. Das haben wir direkt neben diesem Shelter da gebaut. Okay. Dann mach doch da mal so ein... Aber wir bauen ja eh ein Shelter da hin. Mhm. Oder ein Baumhaus. Jetzt direkt... Oh, ein Baumhaus. Du willst ein Baumhaus bauen hier? Ja, ein Baumhaus. Gut. Mit der Chainsaw geht das ja schnell. Baust du Baumhaus? Ich muss erstmal Baumhaus finden. Ähm. Da, Treehouse. Treehouse oder Alpine Treehouse? Äh, Treehouse. Auf dem Berg sind wir ja nicht. Ach, Leute. Stimmt. Ich dachte, das wäre auch für ein Haus. Ne, warte, warte mal. Nein, 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 nein. Hä? Warte, bin ich gebehindert? Alpen? Heißt das... Ist ja auch nicht für Alpen. Alpen? Nein, das ist so ein Tipi-Teil. Englisch Pros, Alter. Oh. Egal, ich baue das Ding mal irgendwo hier. Ja, mach's so. Wie braucht man? Weniger als beim anderen. Oh. Was? Äh, hallo? Ist das jetzt richtig ausgerichtet? Ich weiß es nicht. Ach, das war richtig. So, dann kann ich nämlich hier auch das Seil holen. Kann mir der Kompass jetzt wieder weggehen? Danke. Wahrscheinlich steht Kompass auch für K. Ja. Ne, doch nicht. So, zack. Ähm, wo sind... Da ist ein Seil. Ja. Jetzt habe ich auch das Seil gespart. Ich hoffe mal, da kann man pennen. Das wäre, wenn nicht. Ach, das wäre ja Endfail. Also kein Wunder, dass... dass man hier richtig fette Bogen bauen kann mit der Chainsaw. Es ist ja easy peasy. Ja, das geht mega schnell. Sonst dauert das ja 30 Jahre, aber... So? Lol. Es war so... Drei Bolle, drei Bolle, okay. So, drei Bolle. Aber nicht auf Dich fallen lassen, ne? Ja. Noch paar mehr. Ja, bestimmt noch ein Bett bauen dann. Oh, fuck. Aaaaah. Was los? Es ist die Frage, ob man das hier braucht. Oh, du hast irgendwie ein Tier gekillt. Oh, lol. Ja. Ich hab'n Hasen. Ja. Geil. Da wird natürlich Absicht. War predicted. Ja, du hast extra geguckt, wo er hinfällt dann. Ja. Ist hier noch irgendein Baumstoff? Oder müssen wir jetzt echt für einen einzigen, äh... Ich hab... Oh, ja. Ja, wir brauchen ja eh noch für das Bett. Muss man da oben ein Bett bauen? Ja. Ne, hier unten ist noch einer. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaub', da kann man auch drinnen pennen. So. Oh, wir gehen ineinander darauf. Oh, Schuhe. Oh, geil, ey. Leute, warum ist hier kein Penn? Aber doch, hier ist Penn. Echt? Hier ist Penn? Doch, da ist Penn. Ja, nice. Gut. Leute. Aber toll unbequem. Psch, das ist egal. Kann man... oder kann man hier oben ein Bett drauf bauen? So ein Blatthaufenbett bestimmt. Ja, so ein Blatthaufenbett. Gab's denn hier Betten? Ja, ein Bett ist gerade ganz schwierig. Bei Möbel, da ist das zweite von rechts von der Mitte aus. Was? Das ist, okay, das zweite von rechts, ja? Ja. Da ist ne Couch. Warum sehe ich da kein Bett? Dearskin. Oh. Ähm. Ach doch, da. Small Bett. Tatsache. Oh ja, man kann spawnen. Geil. Äh. Guck ja schon, damit wir auch jetzt schon zu zweit pennen können. Ich brauche hier nochmal so einen Wassersammler drauf, ne? Als ob wir hier wirklich... Vielleicht auch nicht verkehrt. Hast du noch Leder irgendwie? Ja. Ich brauche noch einen Stick. Hast du noch einen Stick? Nee. Okay. Oh, ich bin schon wieder runtergefallen. So, dann schnappe ich mir noch schnell noch das andere Seil von da drüben. Und dann würde ich sagen, beenden wir die ganze Session für heute erstmal, ne? Gehen wir erstmal schön schlafen, ruhen uns aus von den Strapazen, die wir so erlebt haben. Ja, das auch. Und planen als nächstes, ähm, offensichtlich erstmal das Cockpit zu finden. Weil ich hab einfach... Der Grund, warum ich das die ganze Zeit finden möchte, ist... Ich hab das Gefühl, dass... Also nicht nur, dass es dort Koffer gibt und der ganze Kram. Ähm, da könnte was sein. Nicht nur Überlebende, sondern... Vielleicht auch einfach irgendwelche anderen... Ja, neuen Sachen. Wir haben ja gesehen, das Schiff... Da war jemand und hat dort irgendwas gemacht. Das Ding wieder zugehauen. Stimmt. Das ist, äh, die Tür. Und ich werd das Gefühl einfach nicht los, dass wir... bei diesem Cockpit... Ah, das ist ja nicht das Cockpit. Bei diesem Heckteil, das Wrack. Dass wir da was finden. Oh, schön. Hier ist ein Vogel, der hier drauf landet. Ach, das ist ja... Das ist doch... Das ist doch niedlich. Und da unten ist auch noch mein Frühstück. Das ist doch schön. Ach, schön meinst du mich. Soll ich... Kann man hier oben auch ein Feuer machen eigentlich? Ich weiß gar nicht. Ah, schade. Ja, man kann hier ein Lagerfeuer bauen. Soll ich das mal versuchen? Oder brennt das ganze Haus ab? Ich hab keine Ahnung. Erstmal hab ich mal kurz... Ja, okay, ich mach das jetzt. Genau, mal, versuch's mal. Ich brauch noch Steine. Und ich snack mir noch ganz flott. Oh, jetzt haben wir ein Feuer. Ähm. Rüstung. Frühstück. Und hier müssen noch ein paar Pfeile sein. Nein? Keine Pfeile? Keine? Ist ja auch keine. Na gut. Wollen wir mal hier ein bisschen... Kann ich trinken, um was zu essen. Boden. So. So. Da ist noch ein Lock. Ha. Der kann hier liegen bleiben. Der ist dann noch da, wenn wir wiederkommen. Dann verfeilen wir jetzt erstmal einen Winterschlaf, würde ich sagen, Joshua. Ich komm hoch. Es ist mitten am Tag. Ach. Pssst. Spürst du das nicht? Der Wind kommt, ja? Es wird Winter. Das ist ne gute Idee. Da haben wir schon ne schöne Zwischenbase hier. Ich wollte eigentlich noch so ein Trocken-Ding hinbauen. Ja, dann machen wir das doch noch. Aber das passt irgendwie nicht. Glaub ich. Nein. Ja gut, das kann sein, dass das nicht passt, ja. Wobei vielleicht da hin. Oh stimmt, ein Stick, den hast du gebraucht. Ja, hier. Äh, scheint zu funktionieren. Das war ja natürlich wieder stupid, das Herr. Jo. Ja? Hast du ihn gebaut? Ja. Okay. Dann geh ich wieder rauf. Nicht ganz umsonst runtergefallen. Äh. 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 Ja, der Stick ist doch, der fehlt doch immer noch hier. Hä? Achso. Oh. Ja, den hätt ich aber auch noch. Okay. Also gut. Dann ähm. Du hast dir noch ein Vögelchen auf den Arm geholt. Und ich würd sagen, damit verabschieden wir uns jetzt erstmal. Schlafen wir schön. Du und ich in dem Bett. Und werden dann in der nächsten Folge nach dem... Hex suchen. Voll. Alles klar. Tschüss. Schlafen. 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 Schlafen.